Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Unwetterwarnung, Starkregen und Überflutungen am Wochenende. Wetterdienst warnt vor Starkregen und Überschwemmungen am Wochenende. Wetterdienst warnt vor Starkregen und Überschwemmungen am Wochenende. Berlin, der Deutsche Wetterdienst DWD, warnt vor heftigem Starkregen und möglichen Überschwemmungen, die am kommenden Wochenende einen Großteil des Landes betreffen könnten. In einer Mitteilung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, hieß es, dass insbesondere die westlichen und südlichen Regionen Deutschlands erhebliche Niederschlagsmengen und potenziell gefährliche Wetterbedingungen erwarten sollten. Die Wetterexperten mahnen zu äußerster Vorsicht und empfehlen den Bürgern, besondere Vorkehrungen zu treffen, um sich auf die widrigen Wetterverhältnisse vorzubereiten. Der DWD prognostiziert regionale Niederschlagsmengen von bis zu 150 Litern pro Quadratmeter innerhalb von nur 48 Stunden. Dabei seien auch lokal eng begrenzte Extremereignisse, wie sich bildende Superzellen, nicht auszuschließen. Regionale Besonderheiten und mögliche Auswirkungen Wie der Wetterdienst weiter mitteilt, sind in den westlichen Bundesländern Nordhain-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen besonders schwere Regengüsse zu erwarten. In Bayern und Baden-Württemberg hingegen könnte es zu anhaltendem Dauerregen mit ebenfalls beträchtlichen Niederschlagsmengen kommen, die zu erheblichen Problemen führen können. Besonders in den Mittelgebirgen und dem Alpenvorland ist mit verheerenden Auswirkungen durch Sturzfluten und Überflutungen von Bächen und Flüssen zu rechnen, betonte ein Sprecher des DWD. Wir rufen die Bevölkerung deshalb auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sich über aktuelle Wetterwarnungen und Pegelstände zu informieren. In städtischen Gebieten wird besonders vor einer Überlastung der urbanen Wasserinfrastruktur gewarnt. Starkregen kann vor allem in dicht besiedelten Wohngebieten, in denen Wasser nicht ausreichend versickern kann, zu lokalen Überschwemmungen führen. Autobahnen und wichtige Verkehrsstraßen könnten ebenfalls betroffen sein, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Verkehr führen kann. Vorsichtsmaßnahmen und Tipps für die Bevölkerung Um sich auf die bevorstehenden Wetterbedingungen vorzubereiten, raten Experten dazu, sowohl Häuser als auch Fahrzeuge gegen das Eindringen von Wasser zu schützen. Keller und Garagen sind besonders gefährdet und sollten möglichst leergeräumt oder mit Schutzvorrichtungen versehen werden. Weiterhin ist es ratsam, auf unnötige Fahrten zu verzichten und sich nach Möglichkeit nicht im Freien aufzuhalten. Die Bevölkerung wird gebeten, die Warnhinweise des DWD ernst zu nehmen und sich regelmäßig über die aktuelle Wetterlage zu informieren. Hierfür stehen diverse Kanäle zur Verfügung, darunter die offizielle Webseite des Deutschen Wetterdienstes sowie Wetter-Apps und Radiostationen. Auf eine nicht zu unterschätzende Gefahr weist die Feuerwehr hin. Warten durch überflutete Gebiete könne gefährlich sein, da nichts sichtbar sei, was sich unter der Wasseroberfläche befindet. Insbesondere bei nächtlichen Überflutungen sollten alle unnötigen Wege vermieden werden. Meteorologische Ursachen und klimatische Veränderungen Derartige Wetterphänomene, wie sie für das kommende Wochenende prognostiziert werden, sind in den letzten Jahren häufiger aufgetreten und könnten im Zusammenhang mit den globalen Klimaveränderungen stehen. Wissenschaftler warnen immer wieder vor einer Zunahme extremer Wetterereignisse, die durch den Klimawandel begünstigt werden. Die Erwärmung der Atmosphäre führt dazu, dass sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Diese größere Menge an Wasserdampf fällt dann in Form von Starkregen nieder. Dabei kann die Intensität solcher Regenereignisse deutlich zunehmen, erklärte Professor Lars Mahler, Klimaforscher an der Universität Heidelberg. Wir müssen uns darauf einstellen, dass solche Ereignisse in Zukunft häufiger und intensiver werden. Die Politik hat bereits auf diese sich verändernden Klimabedingungen reagiert und Investitionen in Anpassungsmaßnahmen und die Verbesserung der Wasserinfrastruktur angekündigt. Doch bis diese Projekte vollständig umgesetzt sind, wird es vermutlich noch einige Zeit dauern. Prognosen für die nächsten Tage Laut DWD wird das Wetter in der ersten Wochenhälfte des Juni wieder an Stabilität gewinnen. Allerdings könnten weitere Schauer und Gewitter im Süden Deutschlands bis zur Wochenmitte auftreten. Für die kommenden Tage wird eine deutliche Abkühlung der Temperaturen erwartet, was jedoch nichts an der hohen Regenwahrscheinlichkeit ändern wird. Die Wetterlage bleibt angespannt und wir müssen in den nächsten Tagen weiterhin mit starken Regenfällen und möglichen Gewittern rechnen, so der Sprecher des DWD. Die Behörden sind in Bereitschaft, um im Notfall schnell und unbürokratisch Hilfe leisten zu können. Die Wetterdienste appellieren erneut an die Bürger, Vorsicht walten zu lassen und sich auf etwaige Notfälle vorzubereiten. Überflutete Straßen, abgerutschte Hänge oder umgestürzte Bäume können lebensgefährlich sein und sollten umgangen werden. Anita Farke, Freitag, 31. Mai, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.